Berlin, Deutsche Presseagentur, Minus beim Testländerspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Samstagabend in Zinsheim gegen Israel, 2.0, hat ein Zuschauer nach Polizeiangaben den Hitlergruss gezeigt. Der 28 Jahre alte Mann sei während der Partie identifiziert worden in Erwarte eine Strafanzeige sagte ein Polizeisprecher am Sonntag auf Anfrage der Deutschen Presseagentur. Zuvor hatte Sport1 über den Zwischenfall berichtet.Copyright Deutsche Presseagentur Info.com Deutsche Presseagentur Doppelpunkt 2203 279 und 90 69 2 10 82.